Zum Kollegen-Gespräch, Bonjour Berlin, begrüße ich heute Johannes Leithäuser, der aus der Hauptstadt für die FAZ berichtet. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, Herr Steltern. Da wurde eben gesagt, dieser Besuch der Verteidigungsexperten verdiene eigentlich gar keine mediale Aufmerksamkeit, weil das die Normalität sei. So ganz normal war es ja in den vergangenen Monaten nicht. In der Tat, zumal ja auch die Berliner Politiker eigentlich an die Möglichkeit dieses Besuches allerlei Forderungen geknüpft haben und die Mitglieder des Verteidigungsausschusses, die sie gerade gezeigt haben, gesagt haben, wenn solche Besuche, Verzeihung, nicht möglich wären, dann müsse darüber nachgedacht werden, ob die deutschen Luftwaffensoldaten, die da in Inschelik Dienst tun und Aufklärungsbilder machen über dem Irak und über Syrien, ob die noch länger dort bleiben könnten. Also es war schon eine aufgeladene Atmosphäre in der Zeit zuvor, aber die Töne, die man jetzt vernimmt, zeigen, dass offenbar ja beide Seiten, sowohl die türkische als auch sicher die deutsche, darum bemüht sind, wieder Business as usual einkehren zu lassen. Die politische Opposition in Berlin sagt, dass man wieder besuchen konnte, sei das Ergebnis einer Erpressung durch Erdogan. Und er spricht damit an, dass die Bundesregierung gesagt hat, der Resolutionsbeschluss in Sachen Armenien des Bundestages sei für sie rechtlich nicht verbindlich. Kann man das Erpressung nennen? Na, ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Wenn wir uns erinnern, als die Armenien-Resolution vom Bundestag gerade verabschiedet war, da war die Türkei massiv verärgert, kündigte schwerwiegende Konsequenzen an. Die schwerwiegenden Konsequenzen, die wir bisher gesehen haben, und ich glaube nicht, dass noch weitere kommen werden, waren eben diese zeitweilige Besuchsverweigerung für deutsche Abgeordnete in Inschelik. Umgekehrt ist die Bundesregierung dann entgegengekommen mit dieser Geste, würde ich es eher sagen, indem sie das Offenkundige nochmal wiederholt hat, nämlich, dass ein Entschließungsantrag des Parlaments keine Gesetzgebung ist, der die Regierung bindet. Das hatte ein bisschen ein Geschmäckle, aber ich würde nicht sagen, dass die Bundesregierung da vor der türkischen Regierung nun zu Kreuze gekrochen wäre. Heute das innenpolitische Thema ist das Treffen des Koalitionsausschusses ab 12 Uhr mit dem Versuch, die Leitlinien dessen aufzustellen, was noch politisch erledigt werden muss. Rente steht im Vordergrund. Ja, das ist heute, glaube ich, so ein bisschen wie Rudis Resterampe. Da kommt alles auf den Tisch, was noch irgendwie erledigt werden soll und was mal bestellt worden ist im Koalitionsvertrag vor drei Jahren von der Kindergrundsicherung über rentenpolitische Fragen und auch über andere Dinge, die noch zu tun sind. Lohnangleichung Frauen und Männern beispielsweise ist ein Thema. Bei der Rente, das geht da ein bisschen durcheinander, da geht es um vielerlei Dinge. Dinge, die tatsächlich verabredet gewesen sind, beispielsweise Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, aber eben auch Dinge, die über diese Legislaturperiode hinausweisen. Und da bin ich nicht sicher, ob da tatsächlich heute eine Einigung gefunden wird. Beispielsweise in der Frage, wie weit das Rentenniveau höchstens sinken soll. Frau Nahles arbeitet, die Bundesarbeitsministerin arbeitet ja an einer großen Rentenreform, dass die heute komplett vereinbart werden könnte im Koalitionsausschuss. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil es da von den einzelnen Partnern auch unterschiedliche Eingaben geben wird. Horst Seehofer wird die weitere Anhebung der Mütterrente wieder aus der Schublade ziehen, was dann bei der SPD auf Ablehnung stößt. Also Störfaktoren sind genügend da. Ja, man merkt, also wie gesagt, einerseits gibt es sicher den Willen, Einigungen zu erzielen bei Dingen, die man im Grundsatz verabredet hat in der Koalition. Andererseits merkt man schon, wie so der Schatten des Wahlkampfs über dem Kanzleramt aufsteigt und wie sich alle positionieren mit Themen, von denen sie glauben, dass sie ihnen im nächsten Jahr noch nützlich sein werden, wenn die bisherigen Partner in der großen Koalition dann gegeneinander Wahlkampf führen müssen. Und ich glaube, das Stichwort Mütterrente ist sicherlich eines für die CSU. Die Frage Mindestrentenniveau wird eines für die SPD sein. Johannes Leithäuser, herzlichen Dank. Wir werden erfahren, wie man sich oder ob man sich einigen konnte. Danke nach Berlin. Danke Ihnen.